Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Hey Leute, willkommen zu einem neuen, ne neuen weiteren Horrorspiel. Wir haben schon aufgenommen, aber das Spiel war scheiße. Und hier ist der Giesbärd. Okay, sagen wir mal, ähm, Andreas. Ich nenn doch nicht Giesbärd, weil es facken wir ein bisschen ab. Wir suchen die ganze Early-Excel-Spiele, äh, normale Spiel, die man halbwegs spielen kann, aber die meisten sind Early-Excel und richtig beschissen. Wir behaupten, dass das halbwegs funktionieren wird. Ich such mal auf, ähm, neues Spiel dann. Okay. Wo wir das Spiel nochmal gestartet haben, sind wir irgendwie bis hierhin gekommen, weil ich hab nicht gewusst, dass das Spiel direkt in die Cutscene startet. Mal hoffen, das Spiel wird einigermaßen besser als die andere Scheiße, die wir gespielt haben. Vielleicht müsste ja dieses Telefon klingeln. Ich- ich weiß, dass es kürzlich ist. Und ich weiß, dass ich ein bisschen Angst über das Spiel ist. Bye-bye. Oh, wirklich. Ah, ich bin gut. Ah, okay, man muss grad... Lul. Jetzt haben wir eine Taschenlampe, äh, Taschenlampe. Jetzt haben wir ein kleines Lichtchen bei uns mit dabei. Aber es brennt nicht für immer, stand da. Die ging gerade auf. Hä? Ist die verstoßen? Ich glaube, langsam passiert was. Ah, da hängt was. Ach- Nöööööö... Da hängt was. Dreh dich mal rum. Dreh dich mal rum. Wir-klopfen. Achso, guck mal, der steht vor der Tür? Alles klar, okay, jetzt hab ich's. Wir-klopfen. Machen wir nix. Kommt ja gleich was angesprungen. Geh mal zur Tür, ich glaube die ist jetzt offen. Aber man kann's noch mitnehmen oder nicht? Aber die ist jetzt offen. Bei solchen langen Gang habe ich immer so ein Gefühl, dass was in die Fresse springt. Nein, das war nicht offen. Ey, das ist ein Schloss. Äh, das ist ein Tresor. Oh, Bier. Lecker. Ruf mal, ja. Die Tür ist offen. Zu? Hier war zu, die Tür. Und hier ist mir richtig hart gefischt. Dann wird dich drauf. Stimmt. Hier war zu. Komm, das Licht. Nee, das Licht ist schon an. Ey, hast du das Fäuste gewechselt? Ist das auf der anderen Seite? Au, man kann das mitnehmen und feinen lassen. Ich glaube, das Bild hätte wir mitnehmen sollen, was da hangt. Nee, lass mal aus. Ey, du hast es kaputt gemacht. Ja, Mac, ja, ist broken. Total kaputt jetzt. Das ist... Warte, das ist... Ey, warte mal, das ist doch... Nee, das kommt von... Das kommt... Wo kommt das Signal? Das ist von oben. Das ist von oben. Das ist genau über uns. Schau mal nach oben. Nein. Ich mach... Nein, nein, nein. Das ist nicht über uns. Das sieht total anders aus. Das ist... Nein, warte, warte. Ich hab keine Ahnung. Das sieht aus, als ob es von anderen Raum kommt. Also von irgendwo wir waren, auf jeden Fall. Ja, gerade übelst die Gänsehaut. Ja, lass mal rausfinden, wo Signal kommt. Oder wir gehen einfach durch die Tür durch und vergessen alles. Vielleicht sind die anderen Türen offen, die vorhin zu waren. Das heißt, da war auch eine Tür. Mach jetzt nicht. Hä, was? Das flackert. Nee, mach nicht diese. Das ist ein Dachboden. Oh, nee, die Dachböden. Nein, die sind die schlimmsten überhaupt. Versuch mal aufzumachen mit der Hand. Okay, nee, ich... Ah, nee, oh, zum Glück. Wir können ja nicht reingehen. Ah, ein Schlüssel. Basement. Wo war das nochmal? Unten. Geradeaus durch und dann links runter, glaube ich. Das war hier. Nein, das war nicht... Doch! Ich hab versucht. Doch. Okay, doch. Ich dachte, Basement war woanders. Ach, nee. Ey, wir schaffen das gar nicht. Ey, man verreckt vor. Da ist, da ist... Ey, da ist... Hier ist... Hier ist ein Dings. Äh, Double, Alter. Weißt du, einfach zwei mitgenommen. Die ist sicher eine andere Seite von der Tür. Geh mal rein. Oder ich geh rein. Guck, der ist nichts. Hä? Warte, bist du wieder zurückgegangen? Hä? Warte mal, komm mal. Ah, okay, jetzt hab ich's. Okay, geh zum Fernseher einfach. Da ist hell. Oh, mach bitte aus. Danke. Wir können uns später weitermachen. Folg mal, folg der Stimme. Was ist... Oh, oh, ah... Nein, nein, was ist... Geh, ich will nicht weiter spielen. Ey, okay. Ist dicht wieder an. Dicht wieder an. Weil, guck mal, warte. Ein Klick müsste jetzt hier... Oh, jetzt hab ich... Alles klar. Da hinten war die Frau. Oder der Geist. Ein Klick müsste die da sein. Ja, nee, geh mal... Geh mal von da weg. Nein, ich geh da jetzt rein. Fuck off. Alter, das Spiel ist dann wieder... Oh, das macht mich fertig. Das fuck hat er immer wieder auf. Das ist schon das zweite Mal aufgeflaggt. Ey, das waren... Geh mal da hin. Das fotografiert jemand. Geh mal da hin. Das war nur eine Reflexion. Hä? Ja, lass weiter fotografieren am besten. Das Klick brauchen wir noch. Vielleicht kann man so rausfinden, wo man... Wo die genau ist. Der war ein Pfeil gerade. Da steht die. Nein. Oh mein, nein. Die fist uns jetzt. Das ist eher der Exe-Spiel. Nicht vergessen. Das Spiel könnte schnell zu Ende sein. Sie kommen näher. Ich hab dir nichts getan. Ey, was passiert? Oh, mach mal. Ey, warte, warte. Geh mal außen rum. Versuchen mal schnell da rein zu rennen. Oder... Oder die kommen... Oder die geht ja gar nicht weiter. Eins von beiden. Die geht wieder zurück. Die reicht mir die Hand. Die kam da nicht hin. Hau einfach ab. Jetzt... Ja. Autosaving. Oh mein Gott, das Spiel autosaves. Hast'n Glück. Ey, wenn da steht autosaving, müsste gleich irgendwas kommen. Ja, ja. Ey, das ist noch ein Feuerzeug. Wechsel das Feuerzeug mal aus. Ey, das Spiel... Ist viel heftiger, als ich dachte irgendwie. Ich hab... Ey, wenn's... Wenn's komplett dunkel ist und dann die Kamera benutzen, die von da vor uns steht... Ich hab'n Bildschirm... Oh... Du bist... Du bist so lange dunkel. Du musst wieder das Licht gehen, ja, glaub ich. Oder? Ey, warte mal. Nein, hier waren wir noch nicht. Nein, doch! Warte, waren wir hier gerade? Ja, ne, wir sind ja gerade hier lang gegangen. Ah, es ist dunkel. Ja, okay. Jetzt erkenne ich das erst. Aber sie ist ja... Dann wahrscheinlich in die andere Richtung gegangen. Ja, okay. Das Licht... Okay, Licht ist an. Also, alles in Ordnung. Ich glaube, die kann nur im Dunkel angreifen, glaub ich. Oder halt Angst machen. Eins von beiden. Was stand da? Ne, öffne mal. Oh, na... Ey, wir haben noch einen Schlüssel. Ey, da steht unser Ding zu... Ist wie zu niedrig. Ich weiß nicht, was Insinity heißt. Oh, hier. Wow! Ich glaube, da fehlt ein bisschen der Unterkiefer. Ich wollte gerade, was das Falsche sagt. Alles klar. Jo, sagen wir, es reicht jetzt erstmal. Für die nächsten drei Monate ungefähr. Sehen wir uns mit einem anderen Video. Na, nächstes Mal hoffentlich spielen wir, wenn es nicht mehr in der Early Access ist. Ja, und klar. Tschüss. Spooky, scary Skeletons And shivers down your spine Shrieking skulls will shock your soul Seal your doom tonight Spooky, scary Skeletons Speak with such a screech You'll shake and shudder in surprise When you hear these zombies shriek We're so sorry